So, weiter geht's. Du hast hier Redstone und Gold gefunden, ist jetzt aber meins. Aha. Du bist echt mies, ey. Du bist echt mies, sagst du. Hier kannst du Kohle haben. Brauch ich nicht. Ich nehme die mal mit. Ich nehme schon wieder dieses Nickel-Dickel-Wickel-Zeuge, wie es auch heißt, das blaue. Nickel-Dickel-Wickel. Lapis-Lazuli. Ja, sie ist der Fall, so. Sag ich doch. So, ja, komm, hier geht's mal nicht mehr weiter. Ja, ich bau gerade immer noch Kohle ab. Wo ich stecke übelst fest. Was ein Name, ey. Lapis-Lazuli. Komm, bitte auf so einen Namen finden. Erz. Kann man das nur blau färben, oder kann man noch andere Farben nehmen? Hallo? Ähm, ich glaube, die ganze sind nur nutzen zum blau färben. Ist ja dem nicht. Ja, ne? Dann ist das noch seltener als was? Diamant, Gold? Äh, Diamant wollte ich schreien, aber da ist leider nur Eis. Es ist seltener als Diamant. Boah, das gibt's doch nicht. Und dann so eine schwule blaue Farbe, ey. Oh, hier geht's. Weiter, aber dann kann ich irgendwie in einem Abteil, wo du schon warst. Glaube ich. Ich sitz? Mal gucken. Ähm, das ist natürlich nicht so toll, dass es hier nichts mehr gibt. Ja. Lava, toll. Was wollen wir damit? Wir haben genug. Vorhin haben wir die ganze Zeit nur noch Lava gesucht. Ich mach doch mal Opsidieren draus. Das kriegen wir nichts anderes mehr. Wir willst Opsidieren haben. Wofür ist noch Liedern gut? Warte mal gucken, ob der noch Lava drunter ist. Wir haben Opsidieren gut, ob der noch Lava drunter ist. Opsidieren gut ist? Das Neta-Portal baut. So. Aber egal, ich habe kein Bock, dass jetzt abzutzt. Das dort mit Eisenhacke 15 Sekunden. Boah. Eins abzutzt. Ich vermelde gerade noch ein bisschen Kohle. Okay, ist schon nichts mehr. Hm. Aber es war doch, da ist Lapisla zu lieb. Ach, das war das, wo du deine Fackeling gesetzt hast, oder? Ja, genau. Ich baue das erstmal ab. Wie willst du das ab? Und das ist auch drunter Lava. Ja, komm her und guckst dir an. Du bist wieder ein Hecht, Holter. Ein Hecht. Endlich diese... Bleibst du. ...Wasserquille hier weg. Ja, warte mal. Ja, und das Wichtigste ist, wenn du irgendwo mit Lava hantierst und so... Dann hab immer ein Wasser-Eimer dabei. Ein Eimer Wasser dabei. Ja. Siehst du? Einmal kurz Wasser hingekippt, fertig. Oder wenn du brennst, dann kannst du dich auch einfach so schnell löschen oder so. Verstehst du schon? Verstehst du schon? Hm. Obsidian. Länger als 15 Sekunden? Mhm. Eigentlich nicht. Pass auf, stell dich da nicht drauf! Bau nicht unter dir ab. Wette, da drunter ist noch Lava? Hast du mich jetzt entschrocken? Hier, guck mal. Pass auf, gleich. Da. Da. Oh. Ja, da. Pass auf, da. Oh, ja. Ja, oh, ne? Ja, ja. So, ähm. Scheiß doch, das brauchst du jetzt nicht mitnehmen. Dann könnt ihr den Dreck eigentlich auch irgendwie in so einer Form gießen, oder nicht? Mit Wasser und, und, und. Lava zusammen. Weißt du, was ich meine? Äh, ja. Vielleicht. Nee, eigentlich nicht. Was ist denn dein Amt? Warte, das ist in einer Wasser, das ist aus wie so eine, wie so ein Dokument. Ein Dokument war hier nicht noch irgendwo eine Spalte? Ach, das ist die hier. Ach, das wäre der da oben, da oben. Das hier war ja nur eine Höhle. Wieder oben, wo? Das auch, das soll hier nicht rennen. Okay. Da oben war doch irgendwie noch was gewesen, wo man vorbeigehen konnte, oder nicht? Spalte. Ich weiß. Okay, nicht schön. Was? Untergefahren. Ja, Lava. Nein, verrückt oder was? Aber ist die zweite Spalte genau. Wo bist du denn? So, wie kommen wir da jetzt hoch? Warte, ich hab ja noch Leiter. Hast du noch ein paar, äh, äh, fackeln? Ach so, fackeln. Ähm. Ja, ich hab ja auch, wo das geht. Na, das geht ordentlich hoch. Geh mal weg da. Stehst voll im Weg. Kann man da nicht so ein paar fackeln oben in die Decke klatschen, wenn man so richtig auswunden, die Dinger hochwirft? So, das ist auch geil. Ich hab mal geguckt, was so um die Decke hängt. Ich will erst mal, dass nur das Kackwasser hier wegkommt, sodass wir das wegkriegen als Nährungs. Boah, wie hoch. Und du hast die Fakern wieder aufgenommen. Oh, geil, hier ist Eisen. Boah, wie finster seels. Fuck, ich krieg Schaden, weil ich nix gegessen habe. Ich hab nur ein Steak. Ne, behalte mal, ich hab auch noch was. Ich mach grad hier die scheiß Quelle zu. Oh nein, ich muss noch schnell runterspringen, bevor es was hat. Ach, hier ist auch noch eine Quelle. Ne, doch nicht. Oh, ist mein Essen. Hier ist so eine kleine Quelle. Ja, da. Oh, hier geht's wohl noch tief rein. Ey, äh, keine Fakkeln mehr. Keine Fakkeln mehr. Ich hab auch noch einen Apfel, den jetzt auch noch. Hm. Ja, wo kommt mir das Wasserland? Was ist da? Ja, auf dem ist das Wasser. Ja, wenn, ist auch noch was. Warum höre ich mich eigentlich selber? Ich weiß es nicht. Ja, siehst du, jetzt bist du dankbar, dass ich mir die, dass ich immer die Kohle mitnehme, ne? Dass ich Fakkeln immer machen kann. Ja. Ja, das soll ich so auch sein. Ja, das ist noch so eine fette Wasserquelle. Mach die mal zu. So, das ist gleich Eisen. Jo. Oh, hier ist Kohle. Hier geht's auch noch weiter. Oh, nee, jetzt sind wir noch nicht hier oben. Oh, Eisen. Okay, geht's noch weiter. Huah, Zombies. Was? Schon wieder ein Zombie-Spawner, Alter. Ich bin übelst erschrocken, ey. Da muss schon wieder ein Spawner sein, ist ja unglaublich. Wie nah, wie laut. Guck mal, hier hoch, wo ich bin. Warte sofort. Was? Ich baue gerade noch Eisen hier ab. Alter. Ich bin mich gerade verjagt, ey. So, ich bin noch wieder drin, nachdem mir Minecraft abgeschmiert ist. Juhu. So. Oh, da ist noch mehr Eisen. Das muss ich auch erst holen. Ich habe mal gerade extra hier diese scheiß Wasserquelle zugemacht. Das ist sehr gut. Ach, Kohle, cool. Wurde ich mal schnell ab. Wie viel Rohstoffe man hier findet in so einer scheiß Spalte. Das ist unglaublich. Sehr, sehr viel. Oh, schon wieder. Eine kleine Durchgang hier. Ja, ja, da war ich gerade eben gewesen. Geh mal an die Wand da hinten, wo ich auch war. Da hörst du sie richtig nah und richtig laut. Jo, hier ist wirklich was. Eine Höhle. Wo ich vorhin drin war. Hier geht es ja nicht rein. An die Höhle. Hier geht es auch weiter runter. Ach, du Scheiße. Guck mal nach unten. Ja, ich weiß, aber ich schwimme... Äh, das Eisen irgendwo, glaube ich. Ich hole mir gerade hier Eisen. Alter, da gehe ich jetzt aber noch nicht runter. Oder mal. Geht das? Alter, zieh das rein. Geh da. Das meine ich auch. Aber ich gehe da nicht runter. Ich gehe erst mal hier. Da blinkt irgendwas. Da blinkt was? Ja, irgendwas Gelbes. Das ist irgendwie eine Höhle, die auf eine Spalte trifft. Oh, ach. Ach, du Scheiße. Oh, krass. Boah. Guck mal hier, guck mal her. Stell dich mal hier. Hier, stell dich aber nicht runterspringen. Guck nach unten. Alter. Da hinten ist Whitstone. Weißt du, wo wir sind? Wir sind ganz weit oben, wo wir eben waren, in der Spalte, Mann. Oder? Jetzt echt? Nee. Es muss eine andere Spalte sein, oder? Das ist eine andere Spalte. Warte mal. Oh, ich muss noch kurz abschneiden. Oh, du Scheiße. Ey, wir kriegen hier niemals alles raus, Mann. Wir kommen hier niemals lebend raus. Nein, das ist mir so nicht. Nein, das ist mir so nicht. Nein, das ist mal ein heftiger Deinem hier. Jo, kann man wohl so bezeichnen. Ich hab' vorhin müssen, mal gucken, wie es sind hier. Und man sieht man mal, ich komme da jetzt mal von nahe. Dann guck' ich dir mal zu. Ich will da nicht runter. Alter. Was hast du vor? Oh, Alter, zieh dir das rein Ich guck's nicht mal runter, ne? Das tust, ne? Ach du Scheiße Boah Schiff und Schiff, das ist mehr, Alter Wenn du jetzt, wenn du jetzt die Schifffahrzeuge, wirst du tot? Weiß ich Soll ich mal Wasser runterkippen? Wir können dann am Wasser runtergehen Wollen wir? Kuss auf rück Jetzt so verrückt, sag doch Können wir doch machen, hier guck Komm mal kurz mit, ich will was zeigen Komm, hier gleich wieder so ein Spawner Du hast kein einmal Wasser mehr, denn sonst kann man nur endlich die Quelle machen Nee, hab ich da nicht Wo ist Spawnersitz? Hey, stell ich mal hier an die Wand, hier in die Ecke Okay Oh, das ist Ja, ganz schön laut kann das sein Ja Die Frage ist mir Ach Ach Oder? Nee, doch nicht, das war dein Ach, du dachtest auch, ne? Das tust du nicht Nicht sein Kopf, ey Ich dachte auch, aber dann warst du da Sind die, Alter, sind die über uns unter? Boah, ich wär von allen Seiten höre, was wenn ihr hier drinnen bist Ohne Scheiß, Mann Boah, wir machen nicht was auf und die sparen uns von dem Kopf runter, oder? Also, unter uns bin ich Weil das wär' ich blöd Ja, unter uns auch Ey, da unten ist was Was? Da brennt was Da ist ne Fackel, die ich da hingestellt hab Ey, irgendwo, wie muss das sein? Einfach mal ein bisschen durchgraben Ja Guck mal, ob was ich finden muss Pass auf, wo du gräbst, ne? Ja Ich dachte gerade, ich bin durch und dann guck ich hier, guck mal Ich gegraben hab Oh Oh Das wird immer laut Boah, Alter, ich hör nichts mehr fast Ich glaub, über uns, um Scheiß, ich glaub schon Ich glaube auch Scheiße, ey Ja, über uns Definitiv, guck mal hier Guck mal da oben, was da oben ist Was? Da ist grüner Stein Oh, oh Das war jetzt Bescheid, ne? Komm, da gehen wir hin Da machen wir den Spawner aus Warte, ich hab noch genug Fackeln Äh, Fackeln, ne? Ich hab noch genug Leitern Ich hab Angst Aus, du nicht Ich beschütze dich Aha Warte Warte, lass mich mal kurz vorbei Boah, ich komm nicht runter Scheiße, steckst du auch fest? Scheiße, wir stecken beide fest, Mann Warte, warte, warte Boah, gut, ey So, pass auf Boah, wie laut Hä? Okay, bei mir Da ist der Spawner Welches? Da sind Zombies, ich hab sie gesehen Hallo Boah, ah, noch mal auf Scheiße Scheiße Ich sterbe fast Scheiße, ich sterbe auch, Mann Ich geh hier lieber weg Wuuuh, du ist jodd Nein Ich steck dir vor Lass deine Sachen eigentlich sammeln Scheiße die hängen aber leider fest mein Gott, ich jodel wie so ein... Ich kann die Leiter nicht... Oh Mann, der hat mich voll erschrocken, dann guck ich so, weil... Warte, soll ich respawn? Hilfe! Nein, ich häng' fest, Mann! Nein, ich häng' fest! Nein! Nein! Geil! Ey, schnell mal, Alter! Scheiße, ey! Das war jetzt mal echt ein Fail, let's play together, ey! Bist du noch da? Ich hör kaum noch was! Ja, ich bin da! Hallo? Hallo? Boah, du bist übelst leise! Willst spawn? Was? Wörst du mich jetzt? Boah, warte, ich hör gar nichts mehr, ey! So, ich bin gut draus! So, was? Ja, jetzt höre ich dich wieder! Hast du auf... hast du auch... hast du angehalten? Nee, mach... soll ich? Nee, 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 nicht anhalten, nein, 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 nein... Scheiß, Alter! Ich hab' festgehangen, ich konnte nichts mehr machen! Oh, warte mal... Ey, wir hätten's... Ich konnte... Ich konnte auch nichts... Wir hätten's einfach nicht angreifen sollen! Wir hätten's einfach nicht angreifen sollen! Wir hätten einfach nicht suchen dürfen! Ja! Wir hätten einfach nicht aufm... Oh, toll! Boah, wo ich bin, ey! Wo? Ja! In unserem Bett! Ach, nee! Da war ich auch! Ich bin schon fast wieder da! Lol, du hast hier...